Ich begrüße Sie alle sehr, sehr herzlich hier im Livestream, aber natürlich vor allen Dingen hier in der Villa 102 in Frankfurt, Nähe der KfW. Ganz besonders begrüßen möchte ich natürlich, damit möchte ich beginnen, die Diskutanten, die wir gleich erleben werden. Da darf ich mit der Dame beginnen, das ist unsere Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Galb, die wir sehr, sehr herzlich begrüßen und die sicherlich die ein oder andere sehr interessanten Aspekt heute beitragen wird. Herr Dr. Esser, Sie hatten erwähnt, die innovativen, mutigen Unternehmer, davon haben wir natürlich heute auch zwei dabei. Zwei Vorstandsvorsitzende, Herrn Birnbaum, den Vorstandsvorsitzenden von E.ON, den ich ganz herzlich begrüße, und Herrn Rosenfeld, den Vorstandsvorsitzenden der Schäffler AG. Ja, hier in der Villa, die haben wir die letzten zweieinhalb Jahre leider so gut wie gar nicht nutzen können. Insofern sind wir sehr, sehr froh und ich sehe auch in sehr viele freudige Gesichter, dass wir diese Veranstaltung heute Abend auch tatsächlich in Präsenz hier veranstalten können und nicht nur im Livestream. Das ist natürlich nicht despektierlich gemeint gegenüber allen, die uns im Livestream zuhören, aber ich glaube, wahrscheinlich wird mehr Lebhaftigkeit auch davon ausgehen, weil wir heute Abend alle hier in Präsenz sind. Die Veranstaltung machen wir zum dritten Mal gemeinsam mit der Zeit. Insofern hat das schon auch eine gewisse Tradition und insofern an Sie, Herr Dr. Esser und Ihrem Team, ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir als Partner hier zusammen agieren können. Ja, vielleicht auch wir kommen nicht daran vorbei oder ich komme nicht daran vorbei, als KfW natürlich ein kurzes Schlaglicht auf die aktuelle Situation zu werfen, aber natürlich dann auch auf das Thema, was wir heute Abend diskutieren wollen. Sie können sich sicherlich sehr gut vorstellen, dass die Ukraine für uns auch als KfW, ich denke auch, das eine oder andere ist durch die Presse gegangen, natürlich auch eine besondere Herausforderung ist, aber uns natürlich auch herausfordern, sozusagen in den unterschiedlichen Facetten dann auch zu unterstützen und auch zu gestalten in dieser auch durchaus kritischen Situation. Das betrifft unsere Aktivitäten zum Beispiel der Entwicklungsbank, wo wir schon seit langen Jahren mit vielen Projekten in der Ukraine tätig sind und da natürlich versuchen, auch in dieser kritischen Situation, so gut es eben geht, auch weiterhin zu unterstützen und damit die Ukraine auch mit finanziellen Mitteln auch weiter zu versorgen. Es geht über Kommunalprogramme, die wir aufgelegt haben für deutsche Kommunen, um sozusagen die Infrastruktur zu ermöglichen, dass mehr Infrastruktur aufgebaut wird für Flüchtlinge, die kommen und die ja auch in die Schule gehen wollen oder auch andere Infrastruktur auf jeden Fall nutzen wollen. Aber zu unserem Thema, was wir heute Abend vor allen Dingen haben, das Thema Energie. Sie haben es gesagt, Herr Dr. Esser, ich glaube, wir haben alle gedacht zu Beginn des Jahres, wir diskutieren das ganz anders, natürlich intensiv mit einer neuen Bundesregierung, aber eben in einem, ja, evolutorischen Prozess sozusagen, die Dekarbonisierung, die Transformation der Wirtschaft voranzutreiben. Nun haben wir das Thema Versorgungssicherheit, was nochmal ein ganz, ganz anderes Schlaglicht auf unsere Situation wirft. Wir wissen das nur zu gut, wissen das aus unmittelbarer Anschauung, aus dem Grund zum Beispiel unserer Involvierung in die Finanzierung des LNG-Terminals in Brunzbüttel. Insofern diese Facetten jetzt neu hinzuzubringen zu dem Pfad, der eigentlich zu beschreiten ist im Sinne von Transformation und Dekarbonisierung. Ich glaube, da wird eine interessante Diskussion sein, ist es ein Spannungsfeld oder ich glaube, Herr Birnbaum hat es in seinem kurzen Statement eben schon auch angerissen oder befördert es und unterstützt es vielleicht sogar auch diese Erfahrung, die wir jetzt alle machen und die Situation, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, um auch tatsächlich hier schneller noch in erneuerbare Energien zu investieren und insgesamt unser Energiekonzept auch zu überarbeiten. Ja, ich freue mich sehr und ich denke auch alle Anwesenden hier und jene, die mitdiskutieren und begrüße Sie nochmal alle ganz herzlich und wünsche Ihnen und uns allen einen sehr schönen und interessanten Abend. Ja, ich freue mich sehr und ich freue mich sehr und ich freue mich sehr,